Digitale Technologien werden zukünftig auch in der Langzeitpflege eine wichtige Rolle spielen. Sie helfen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. Pflegekräfte können digitale Technologien nutzen, um Kolleginnen und Kollegen aus der Ferne anzuleiten und damit so zu beraten, als wären sie selbst vor Ort. Mein Name ist Birgit Ruckeschitz. Mit meinem Team am Forschungsinstitut für Altersökonomie der WU Wien evaluiere ich innovative Technologien für ältere Menschen und für die Langzeitpflege. Wir untersuchen, wie digitale Technologien sinnvoll eingesetzt werden können. Zum Beispiel können Pflegekräfte in der Hauskrankenpflege mit Hilfe innovativer Live-Bild- und Tonübertragung schwierige Situationen vor Ort sofort abklären. Dadurch verbessert sich die Zusammenarbeit der Pflegekräfte, es fallen weniger Fahrzeiten an und damit werden Emissionen reduziert. Das Ziel ist es, digitale Technologien an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen und in die Langzeitpflege einzubetten. So können diese Technologien den Pflegealltag bereichern. Dadurch wird ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen.